Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horse Reality heute am Dienstag. Ich werde jetzt gleich als allererstes mal ein weiteres Pferd in den Verkauf stellen und zwar der kleine Donald ist jetzt verkaufsbereit, er hier, mein kleines Welshi. Ich bin jetzt gestern am Sonntag, ich nehme jetzt gerade am Montag auf, bin ich gar nicht zum Aufnehmen gekommen. Oh Gott, ich habe gestern mich nicht um meine Pferde gekümmert, es tut mir so leid. Ja, der kleine Mann hat für einen Welsh Pony ein recht gutes genetisches Potenzial mit 603, alles über 600 ist er eigentlich schon ganz nice. Er hat das Creamgen, er trägt das Creamgen, Aguti für das Fuchsdingenstar, sogar doppelt und Rappe hat er auch drin. Und momentan, ja, er hat einmal Average, den Rest gut, er ist hier in der Mitte vom Second Premium. Er hat jetzt nur gerade glaube ich auch kein, doch er hat ein Halfter drauf. Das werde ich dann runternehmen für die, über den Verkauf, das wird nicht mitverkauft. Ich schicke ihn aber gerade noch mal rein. Ja, 71,25, er ist leider eh im unteren Bereich. Ich weiß es nicht, ob er noch besser wird. Keine Ahnung, er ist jetzt gerade, ist er tatsächlich deutlich schlechter. Vielleicht habe ich vergessen, die Hufe zu schneiden. Auf jeden Fall stelle ich den rein und ich würde ihn reinstellen jetzt für drei Tage. Das heißt, er läuft bis Donnerstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Bis Donnerstag Mittag gegen 12 Uhr wird er laufen. Und ich finde, ja, obwohl 5000, ich würde sagen 4000. Er hat ja eigentlich keinen schlechten Körperbau. Okay, es ist einmal Average drin, aber ich finde jetzt trotzdem nicht, dass er so, dass er so schlechte Noten verdient hätte. Das heißt, den stelle ich für 4000 Anfangsgebot rein, hat hier Beinabzeichen von rechts und hinten links und hat eine Blässe, soweit man das sieht. Ist also an sich ein ganz schicker Kerl. Ja, und für das andere Fohlen, was leider auch vom Körperbau her ziemlich schlecht ist, hat sich noch keiner gemeldet. Das war ja eine Auftragszucht. Ich hätte sie jetzt so gar nicht verpaart. Dadurch hat sie jetzt natürlich nicht den besten Körper. Wenn sie bis zum Zehnten, ja, wenn sie bis zum Alter von zehn Monaten, wenn sich da die Auftraggeberin Unicorn noch nicht gemeldet hat, dann werde ich sie so weiter verkaufen. Denn, wie gesagt, ewig lang kann ich die Box natürlich nicht verstopfen. Ich werde sie dann für einen günstigen Preis reinstellen, zwar für den Preis, den das Decken gekostet hat, plus die Hormoninjektion als Startpreis. Und wenn sie dann halt nicht weggeht, vielleicht mag es ja trotzdem jemand, der sagt, ach Gott, das ist mir gar nicht so wichtig mit dem Körperbau. Ich finde sie einfach süß. Sollte sie nicht weggehen, dann werde ich es allerdings ins Retirement Home schicken. Aber ich will sie nicht sofort wegschicken, denn vielleicht findet sich ja noch ein Liebhaber. So, auch das hier, dieser Hengst, ist eine Nachzucht. Die hatte ich euch aber, glaube ich, schon gezeigt. Genau, Lilly hatte sich aber schon gemeldet. Das heißt, dieser kleine Mann, dieser kleine Hengst, der hat direkt auch die finale Zusage von seiner künftigen bekommen. Es tut mir leid, ich bin immer noch nicht weiter dazu gekommen, die Liste zu aktualisieren. Ich fühle mich echt schlecht deswegen. Hat der eigentlich das Halfter drauf? Nee, der hat gar keinen Halfter drauf. Haha, ich habe doch noch einen Halfter für Ach, Haltekina. Genau. Habe ich doch noch. Wie heißt der? Das ist die 447 am Ende. So, er hat jetzt zweimal Average drin. Wir schicken ihn auch nochmal in eine Show. So, mal schauen. Oh, 80,80. Da hat er schon mal ein First Premium geholt, der Kleine. Gucke mal da, gucke mal da. Hat er sich jetzt durch das Halfter hat ihm schon ein bisschen was gebracht. Zweimal Second hat er und diesmal ist er vier Punkte drüber. Ich weiß nicht, ob das alles das Halfter ausgemacht hat, aber coole Sache. Und wir haben hier ein neues Fohlen und sie wird ausschimmelt. Gucke mal, sie wird wie die Mama. Sie wird auch ein Schimmelchen werden. Meine Sapphire mit einem 641er GP. Champion in Distanz reiten. Momentan leider gar keinen, also sie hat leider wirklich gar keinen guten Körperbau. Also Average, Below Average, dreimal und noch weitere viermal Average. Also das liegt an ihrer Mom, denn Saphir hat nicht wirklich einen guten Körperbau. Sundancer ist ein guter Hengst. Saphir leider gar nicht. Leider, leider. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit ihr mache, ob ich dann vielleicht Saphir verkaufe oder mit ihr einfach nicht mehr züchte. Gucke mal, die andere Reihe, die ist sehr ähnlich überall. Das weiß ich noch nicht, weil, warte mal, die versorgen wir auch mal kurz. Die gute Saphir. Also ihr seht, guck mal hier, die hat fünf, ne sechsmal Below Average und zweimal Average. Also die ist wirklich, ja ne, gar nicht gut. Im Übrigen empfehle ich euch jetzt, wenn ihr Geld bekommen möchtet, trainiert eure Pferde wie die Wilden und schickt sie in Turniere, wenn sie eine hohe Prozentzahl haben im jeweiligen Level. Denn die Gewinne, die Gewinnsummen, die wurden deutlich erhöht. Das heißt, ihr macht jetzt ordentlich Gewinn, wenn euer Pferd da auf Platz 1, 2 oder 3 kommt. Und je nachdem, wie hoch euer Pferd trainiert ist, macht ihr natürlich immer mehr Gewinn. Mit jedem Level steigen die Gewinnsummen. Also das kann ich euch definitiv empfehlen, wenn ihr Geld machen möchtet. Das wäre jetzt, glaube ich, gerade ein ganz guter Tipp. Ansonsten hat sich hier, glaube ich, noch gar nicht so viel wieder getan. Isländer ist Wahnsinn. Es sind noch zwei Isländer drin in den Private Trades für mich, die für mich interessant wären. Allerdings habe ich gerade keine Box mehr frei. Ich habe zwar gerade wieder, ich kann eine kaufen, aber ich muss mal noch schauen. Ich überlege noch. So, hatte ich sonst noch irgendwas, was ich euch zeigen wollte? Ich glaube, ich habe gerade gar nichts mehr großartig, was ich euch zeigen wollte. Aber irgendwas wollte ich doch noch machen, aber was... Ach ja, doch, 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 genau. Litrik ist erwachsen geworden. Mein Isländer Hengst. Ja, den habe ich ja auch, den habe ich abgekauft jemandem, der kommt aus der Foundation ursprünglich. Wird auf... Wird für Western trainiert, hat ein GP von 565 und hat Splashed White und Tobiano trägt er. Leider eher Second Premium, Third Premium, hat viermal Average drin, aber auch einmal Very Good. Hat er eigentlich gerade einen Halfter drauf? Ja, hat er. Aber ich kann ihn jetzt gerade in keine Show schicken. Ich habe ihn aber auch zum Züchten angeboten, allerdings zu einem nicht so hohen Preis. Die 600 sind mehr für die Farbe als für den Körper. Ich gebe immer auch einen Delta Point an, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe gar nicht so viel Geld, ich habe einige Delta Points, braucht die aber noch gar nicht. Ich würde mir lieber das Geld sparen und einen Delta Point zahlen, deswegen gebe ich immer einen Delta Point an. Foundation Tickets und Wildlife Tickets sind für mich eher uninteressant. Ihr seht, ich habe 145 Foundation Tickets und 142 Wildlife Tickets, das heißt, da brauche ich eigentlich gerade eher weniger. Aber mit Litrik könntet ihr jetzt auch züchten. Ansonsten, ich wollte mal kurz schauen, wer wird denn hiermit als nächstes erwachsen? Ewig lang wird es nicht mehr dauern bei Fly High. Ist aber auch wieder ein Hengst, kann ich dann auch kein Fohlen rausholen. Ähm, Bambus Raufskjona dauert auch noch ein bisschen. Ähm, Krabbler ist genauso wie Bambus Raufskjona. Engel, Engel, genau, da wollte ich doch mal noch schauen. Ich glaube, Märchen hat sich noch nicht gemeldet wegen Little Princess. Ich hoffe, dass Märchen sich jetzt auch bald meldet. Weil ich Little Princess ja eigentlich gerne wieder weggeben würde, aber ich wollte sie halt einfach nicht einfach so rausschmeißen, ne? Weil Märchen ja schon gesagt hätte, sie würde sie gerne nehmen, aber ich hätte ganz gerne mal... Ich bin mir nicht sicher, ob Märchen das Märchen hier im Spiel ist. Weil wenn ich hier bei Search, wenn ich hier nach Märchen suche, kann natürlich sein, dass sie alles auf Englisch geschrieben hat. Ja, kann aber auch nicht sein. Und sie hat halt keine Isländer. Deswegen bin ich da gerade echt so ein bisschen... Ich weiß es nicht, ob sie es war. Ich weiß es nicht, ob sie es war. Deswegen... Doch, da unten ist ein... Nee, das ist eine Welsh Pony, sorry. Ähm, deswegen bin ich mir nicht zu 100% sicher. Und ich möchte es jetzt halt auch nicht dem Falschen reinstellen. Deswegen, ich hoffe, sie sieht es. Ich hoffe, sie sieht es. So, guck mal, sie ist hier schon auf 100%. Hier fehlt noch 1% im Training. Und ich schicke sie jetzt einfach mal in einen Western-Raining-Wettbewerb rein. Hm, schade. Sie bekommt kein Geld, aber sie hat auch keine Ausrüstung drauf. Ja, Engl, Engl Fralejkür ist mein erstes selbstgezogenes Fohlen hier. Und sie ist ein Rowan. Ich finde, das sieht man hier so noch gar nicht, ne? Ähm, doesn't have what it takes to become big. Also sie soll jetzt nicht super gut sein in Wettkämpfen. Aber immerhin Rowan und ein 591er Potenzial. Also das ist schon ganz nice. Sie hat zwar sehr viel Average drin, aber ich wollte sie trotzdem mal gerne noch behalten. Ansonsten hätte ich Engl wahrscheinlich auch eher verkauft. Aber das macht sie dann für mich doch nochmal ganz interessant. Und ansonsten, genau, Wikinggyr wird auch bald erwachsen werden. Zwei Jahre, neun Monate. Der ist auch soweit schon austrainiert. Ich bin mal gespannt, ob er im Hengstalter noch ein bisschen zulegen kann. Er hat ja leider auch fünfmal Average drin. Daher bislang nur Second Premium. Mal schauen. Aber ist halt mit dem W21 gehen, was hier oben dann so ein bisschen, ja, so weiße Stichelhaare, so Pünktchen drauf ausmacht. Das ist halt schon wieder ein bisschen was Besonderes. Und was wollte ich noch? Ich wollte bei den Oldenburgern mal noch schauen, wie die beiden gerade, oder wie die drei gerade dastehen für Turniere. Okay, hier brauche ich gerade noch nichts versuchen in der Dressur mit Accento. Pageno auch momentan beim Springen eher uninteressant für Turniere. Das ist cool, wenn ich hier Trail mache und dann 60 Minutes ist bei Second Level vom Springreiten mache ich genau 50%. Das heißt, 200% Energie sind einmal das hier abgeschlossen. Das ist ganz cool. So, und Samira ist auf 93%. Ja, ich glaube, ich mache das auch erst mal so. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Aber ja, dann könnten wir vielleicht mit ihr am Wochenende mal ein Turnier gehen, weil bis dahin dürfte sie da ziemlich weit sein, hätte ich jetzt so gesagt. Okay, ich würde mich dann aber für heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann am Samstag wieder bei einer weiteren Folge Horse Reality. Und ja, falls sich jemand findet für Dona, dann wünsche ich dir, der Person, die ihn dann kauft, schon mal viel Spaß mit dem kleinen Mann. Also, bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.